So, wir versuchen's ein weiteres Mal. Ey, 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 100? Boah, so ein Drecksack. Na, warte, jetzt krieg ich dich. Na, warte. Ich krieg dich. Okay, so. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Ja. Ja. Ja, wer mir 100 Einheiten klaut. Ist ja nicht wahr. Danke schön. So. Danke. Danke. Sehr viel verdient. Kopfgeldjäger. Natürlich. Hallo. Ich glaub da meine ganzen Perlen. Äh. Die ganzen Einheiten geht's nur. Kopfgeldjäger. Juhu. So. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Die letzte Warnung. So. Wir werden... Entschuldigung. Wir werden jetzt bei Mamogo vorbeischauen. Warum? Huh? Fragt euch jetzt bestimmt. Ups, oder? Das war dumm von mir. Eine Wurstkapsel. Ganz einfach, weil noch etwas... Baaah. Etwas blaaah. Okay. Etwas blaaah. Etwas brauche. Und da kann ich dann auch gleich speichern gehen. Ey, du da. Wir brauchen noch was von dir. Und zwar brauche ich Bußkapseln. Und ich möchte nämlich auch in den Schlachthausrennen teilnehmen. Und ich weiß... Ja. Und ich weiß, dass die bei dem Buß... Bei dem Schlachthausrennen... Ja. Ähm. Dass die da ganz schön was... Zuliegen können. Eine Wurstkapsel sorgt für alles. Die Literatur S&D stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie... Die Literatur S&D stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie... Ein starker Kurs stellt ein... Jetzt der Lebensenergie wieder her. Und S&D stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Gut. Null Defizierung. Okay. So. Und normalerweise müsste ich doch jetzt eigentlich... schon 20 Perlen haben. Wir haben keine Flugstabilisatoren mehr. Was? Ein Doms Meteor hat das Lager zerbröselt. Aber kein Problem. Ich habe schon welche bestellt. Ich schicke dir eine E-Mail, wenn sie hier sind. Alles klar. Kannst du gerne tun. Aber wir werden erstmal deinen Speicherplatz verwenden. Und speichern. Und diese Folge schnell beenden. Also nicht, dass jetzt vorbei ist. Sondern rechne ich später auf. Weil ich mich wusste nicht wohin. Und deswegen... Sehen wir uns gleich... Speicherstand! Du fast machst das alles. Und du bist blöd. Wieder. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Beyond Blood and Evil. In diesem Part habe ich geladen. Und ich wollte einfach nur nachschauen, ob jetzt da wieder was drin ist. Aber... Ich habe mich immer getäuscht, als wenn ich wieder neu reinfahre. Alles klar. Jo. So. Was wir jetzt vor allem tun werden... Ist... Mit dem Hovercraft... In die Schlachthausrennen zu fahren. Und an den Rennen teilzunehmen. Der möchte da auch den ersten Platz schaffen. Und zwar in beide. Okay. Das heißt, wir werden erst dann später die Schlachthose besuchen, nachdem ich die Rennen geschafft habe. Genau. Und das ist jetzt wieder irgendwie, äh... Doof. Oder sonst irgendwie was. Das ist einfach... Schlau. Und da vorne sind wieder ein paar Kisten. Vielleicht finden wir noch Boots darin. Das wäre cool. Ne... Ne... Wie kostet halb... Also... So... Tierpunkte brauche ich bald keine mehr. Obwohl man weiß ja nie. So... So... Und ich glaube bei dem hinten waren auch noch ein paar Kisten. Die waren auch noch zuerst kaputt. Ja, die habe ich schon fotografiert. Und... Du 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 du... Ich kann springen. Ich kann fliegen. So... Wieder nur... Punkte. Punkte, yeah, ach, egal. So, ich hoffe, dass ich bei den Rennen nicht so oft wie Sprachfehler nicht so oft wiederholen muss. Was stopp ich damit, das ganze Video? Obwohl, das ist eh schon, das wird ja von einem gewissen Part, aber ich hab' sagen, ich komm' zurück zu meiner Serie, ach, egal. Wird ja eh nicht schaden. So, wir sind da. Ja, ich weiß, und die Passage ist bei Rennen 3 dabei. Die Leidigen haben noch 3 Sekunden, um den Checkpoint zurückzukehren. So, aus dem Weg hier. Da geht's rein. Wie so kleine Anfängerinnen, so klein bin ich auch wieder nicht. Pipas. Satt. Oh, oh, wo sind wir zum 1? 1. Ja. Oder auch nicht. Ne, wir schaffen's nicht mehr. Egal, wenn wir Platz 2 machen, kriegen wir auch noch ein paar Punkte. Wow. Punkte über Punkte, okay. Ich bin interessiert das. Mich auf jeden Fall nicht. Ich kann auf jeden Fall reparieren alles und alles, aber das brauche ich alles nicht. Jetzt wollen doch ein paar Pusten und die Schwachen und die Wehleidigen. Ja, ja, wir sind langsam. Hier, wir sind's. 3, 2, 1, los. Hier, wir sind's. 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 Wie eine kleine Anfängerin. So, wo sind wir zwei? Die verstreiten sich richtig. Und Platz. Geschafft. Unglaublich, die kleine Handwerkerin. Ja, ja, ja. Ja, wir müssen uns das noch anschauen. Danke. Und das sind mich nicht. Der flippt auch total aus. So, jetzt müssen wir noch Renn Nummer 4 gewinnen. Danke. So, Renn Nummer 4. Die sehen nicht freundlich aus. Und los. Okay. Ah verdammt, ich wollte diese kleine Akkursum verwenden und was passiert, ich falle gar ganz hinten. Ok, 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 Konzentration. Was? Oh Schade, ich glaube das kann ich auch noch mal besuchen. Ich bin immer aus meinem Bildschirm. Piss dich, danke. Was für Loser, was für frechlinge Mistakes. Ja. Nein, nein haben wir nicht geschafft. Nur Platz 2 geworden. Platz 2. Ja, ja. Bisschen Geld. Und das war's auch schon. Ich hab noch zwei Booster. Verdammt. Ich seh's jetzt schon kommen. Nach dem Rennen darf ich dann die Folge beenden, dass ich im nächsten Fall in die Schlachthausrennen gehen. Schlachthausrennen, genau. Und statt in die Schlachträume gehen. Und los. Los. Nicht glücklich. Ich bin schlecht. Nee, das verliere ich jetzt genauso. Da ziehe ich jetzt keine Boots mehr ein. Ja, ja. Ja, ja. 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 Und noch einmal. Puh, ich bin gerade so schlecht. Was ist los? Zwei, eins und los. Komm, Puh, verschwinde. Puh, ich bin gerade so schlecht. So, jetzt bin ich da gleich, dass das Treib... Ja! Schau ich noch mehr rum. Okay, jetzt hätte ich mir das nicht geschafft. Uua! So, jetzt muss ich mich eigentlich bei den Wohlen. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Wir sind in der Führung richtig! Ich kann es sehen. Wir haben die Meisterschaft verbronnen! Jo! So! Okay! Jetzt sind sie mit ihrer Gesprache freifällig, also kann ich hier drücken und ja, gut. Meine wohlverdiente Perle! Ja! Und rein damit! Rennen 4 Sieg! Seine Trophäe verdient! Champion Rennfahrer! Natürlich! Hallo? Wo kommen wir denn dahin? Okay! Mit diesem Bild werde ich jetzt diese Folge mit uns im nächsten Mal bis dahin. Ciao, ciao!